so nächste runde auf geht's einmal bei meinem mod barracks maiden oder neben ist schultz und dann sind wir unter im kontakt so das wird jetzt offiziell höchstwahrscheinlich die letzte runde des tages freunde deswegen noch mal alles anspannen hier im flug kann man nicht schießen kommen also komplette sniper meter snipe machen one shot headshot finde ich sogar gar nicht so schweren headshot zu hüten und dieses kampfhutspray auch sehr sehr stark im gunfeld mehrfachsave einpacken habe ich noch nicht ausprobiert wenn ich ehrlich bin nur wie perfekt bin ich kaiser hinterher geflogen hey wir müssen aufs dach kann das sein hier ist ja bums neues short ist online chat neues tik tok ist online gerne mal den algorithmus pushen sind glaube ich nur so drei sekunden oder so einfach einmal draufklicken und einmal durchlaufen lassen das reicht schon vielleicht einmal speichern klicken deutlich geiler aus als worsen zwei safe so alle nehmen direkt die sniper mit komplette sniper meter das ist so krass alter gerade mit christian drüber gesprochen ich bin sehr gespannt wie sich das durchsetzt ob das mies abfacken wird was denkt ihr chat gibt ja viele leute die das immer noch geil finden im zombie modus habe ich gar nichts gesehen heute die sniper heißt sogar headshot hey one shot das hat sich ja gar nicht gelohnt roms ich sage vielleicht können wir eine chatumfrage machen mods also es ist ein one shot headshot sniper gut oder schlecht würde mich mal interessieren alter nehmen wir den wir nehmen den choppers auf jeden Fall wieder drin das weiß ich noch nicht wie ich das finde sag ich dir ehrlich nein 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 raid boy und op markt und so sind wirklich extra für diesen chopper noch tanken gegangen ich fass es nicht ich bin schockiert erinnert ihr euch daran vor vier fünf runden dass wir aus diesem chopper geholt worden sind die haben das einfach richtig absicht gemacht diesen extra vorher noch tanken gegangen die haben extra diese kanister geholt boah das ist krass das ist krass die schämen sich wirklich gar nicht die jungs ja ja da war viel im stronghold aber wie peinlich ist das denn bei so einem event extra die ganze zeit so ein heli zu fliegen also das ist wirklich peinlich sorry muss ich ja wirklich sagen ne auch nicht sorry ohne sorry löscht das schreibt ihr mit nicht sorry merkst du halt natürlich nice ne ist unten rein oh 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 da steht mein Name drauf warte ich hab abgelenkt chat warte 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 So, ihr müsst mich auch mal kochen lassen, Jett. Oh Gott, muss man hier auch auf die Beine schießen? Oder auf den Kopf? Jawoll, da sind wir doch. Oh, bin tot, bin tot, bin tot. Oh, Käser, macht er gut, macht er gut. Amorbox? Ist erst mal ne Blackside gecleared, Jett. In Warsen 2. Schreib mal ganz kurz Munition aufholen, ne, warte. Ja, kurz für den Clip. Ich hab scheiß Perks, ne? Ja. Ich hab scheiß Perks, ne? Und alle, die jetzt neu reingekommen sind und vielleicht noch nicht so lange zugeschaut haben, wie findet ihr das Spiel? Was ist so euer Take? Wie sieht's so aus? Für euch persönlich? Auf wen schießen wir gerade? Ja, hab ich ein bisschen schlecht eingeschätzt. Alter! Was hab ich da gemacht? Irgendwie hab ich so XP bekommen. Ich hab irgendwas gehittet, aber ich weiß nicht was. Was? Oh Gott. Alter, wer ist er denn? Huskers. Das ist schlecht. Die spielen aber die andere, ne? Sheep Break war das? Okay, okay. Hab ich nicht gesehen gerade. Die spielen diese, die spielen die Signal alle. Okay, good shit. Vielleicht ist die doch besser. Oh nein. Oh nee! Oh nee! Vielleicht ist die doch besser. Oh nein. Oh nee! Oh nein! Ah, Chris, ich würde ja auch. Uhuh! Wie war das? Kein Headshot? Oder war ich zu weit weg vielleicht? Schau auf Plates. Ich hab auf jeden Fall einen guten Beamer. Junge, der Chris ist so krank, ne? Let's go! Let's go! Ich will wissen, was die für Sniper spielen. Ich will ein anderer Sniper als ich. Custom. Oder? Ist die das? Das war die doch, oder? Ich meine auch, das war die. Oder kann man einfach schneller schießen als ich denke? Nee. Egal! Die G's in den Chat, Leute! Nice! Wir sind da, Chat. Junge, wir sind so im Rucksack, ne? Chris ist wirklich... Chris ist wirklich diese andere Type of Guy. Aber ist sicher witzig. Ich glaube, Chris hat... also der hat highes HD hier, ne? Vielen Dank. Kann man die nicht nehmen? Ah doch, Stow. Ah, okay, okay. Okay, ich habe zwei Drohnen. Äh, drop. Was will er? Du hast Money? Ich habe kein Money. Okay. Das ist wirklich gar nicht mal so leicht hier, ohne Calls. Mit Calls hätten wir safe schon einen Win geholt. Ja, brauchen die ja Blackside auch nicht. Aber Temper zu haben ist natürlich ganz geil, muss man sagen. Das wird jetzt ein Open-Field-Fight. Chris geht heute nochmal da hin. Wir haben uns gesehen. Wir haben Scheiß-Pose hier. Beta werde ich nicht streamen. Wir werden die ganzen RL-Streams noch machen. Aber ich hoffe, wir haben Bock auf die RL-Streams. 1 für ja, 2 für nein. Ich weiß nicht ganz, wann wir morgen starten, aber ich habe auf jeden Fall vor morgen auch am Start zu sein. Twitch.mo.tv slash Lisa KickPhil. RL-Streams aus L.A. Oh, Shit-Break. Alter, was war das für eine Bullet-Velocity? Junge. Was war das für eine Bullet-Velocity? Ja, keine Chance. Das geht ja gar nicht. Was machen wir? Warum ist ein Chris da hinten? Mit Vincent. Chris ist da so am Fragen da hinten. Ich fasse es wirklich nicht. Ah. Doch, könnte er drunter bringen was. Ist ja geil. Ja, wichtige Drohne von Dinkel. Und, piekt er nochmal hier? Ah, wichtig ist weg. Die Idee, Dinkel da. Die wichtigen Kills am Ende. Aber ich habe den Kills nicht mehr bekommen. Hätte ich halt gekauft, ne? Ship-Break ist gelogen. Ja, ich komme ins Video. Schere. Oh mein Gott, sind sie one-shot beide. Junge, das ist richtig intens. Junge, was geht hier ab? Junge, Joe, wow, steht jetzt 1-1. So ein Ding. Das ist komplett intensiv, ohne Scheiß. Sniper kann ich jetzt weglegen, glaube ich, ne? Bist du noch eine bessere? Bist du nicht? Ja, das ist genau die gleiche. Ich denke, ich mache einen Käser-Sacken. Es ist wirklich schnell, oder? Es hat 50 Kills. Chris und ich beide drei. Mich dreht es in alle Richtungen, ehrlich. Wurde ich angeschlossen. Nein, da oben. Wir sind da oben. Was machen die denn alle? Nein, da oben. Come on, come on. Wichtig, sehr wichtig. Ja, der Molotow war perfekt. Ich will mich ja nicht pushen. Chris geht so nach vorn. Junge, Chris geht so rein. Was passiert hier? Nein! Ach man! Smoke mich! Smoke mich! Smoke mich! Oh, 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 oh. Komm! Psst, psst, psst. Uh, most people are playing with people. 3 gegen 1. 3 gegen 1, shit! Let's gooooooooooo! What? Let's fucking go, guys! Ah, die letzte Runde! Da ist das Ding! Let's fucking go! Geisteskrank, Alter! Let's fucking go, Ted! Nice! Da ist der W! Let's fucking go! Geil! GG's in den Chat, Leute! Junge! Was hat Chris da gemacht, die Runde? Das ist respektlos, Alter! Wirklich! Er ist auch überall reingeranzt! Junge, Chris ist wirklich... Ist nicht mehr witzig! G! 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 G!